Hallo, heute ein ganz toller Star beim Ein-Minuten-Star, Gabrielle Pietermann. Hallo, Gabrielle. Guten Morgen. Du bist ja super bekannt, auch im Realbereich. Wofür denn zum Beispiel? Ich darf die wahnsinnig tolle Emilia Clarke sprechen und Celina Gomez und Emma Watson. Emma Watson kennen ja viele aus Harry Potter, ne? Jawohl. Super. Und was hast du sonst noch so gemacht im Anime- oder Zeichentrickbereich? Einfach lächerlich, ja. Chloe aus Miraculous Ladybug. Okay. Und sonst noch irgendwas? Naja, was wären wir alle ohne Pokémon? Okay. Ja, und so Spielebereich oder Hörspiel, hast du da irgendwas? Hörspielbereich, die letzten Helden, ne ganz, ganz tolle Fantasy-Saga, kann ich sehr empfehlen. Na gut, das war's schon wieder. Schaltet alle wieder ein, wenn es heißt, der Ein-Minuten-Star. Tschüss. Tschüss.